Mit dieser Nachricht hat wohl niemand gerechnet. Die beiden Let's Dance-Profis Alexandru und Patricia Ionel werden wieder Eltern. In einem Video gaben die beiden bekannt, dass die schöne Tänzerin zum zweiten Mal schwanger ist. Wir platzen vor Freude und können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, dass unsere Familie wächst. Wir erwarten Baby Nummer 2, heißt es in dem Clip, in dem sie mit ihrem zweijährigen Sohn Nuelis zu sehen sind. Weiter schreiben die beiden. Es ist so besonders für uns, dass unser kleines Wunder während der Let's Dance-Staffel in meinem Bauch heranwächst und uns durch diese aufregende Zeit begleitet. Während Patricia Ionel sich mit Tanzpartner Tilman Schulz schon recht früh von Let's Dance verabschieden musste, tanzt ihr Mann zusammen mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel weiterhin um den Sieg. Es scheint, als seien die Let's Dance-Profis aktuell wahrlich im Babyfieber. Gerade erst durften sich Valentin und Renata Lusin über die Geburt ihrer Tochter Stella freuen. Außerdem sind auch Christina Hennini und Isabel Edwardson derzeit schwanger. Ob Patricia Ionels Schwangerschaft auch bedeutet, dass sie möglicherweise bei der nächsten Staffel von Let's Dance nicht mit von der Partie sein wird, ist bislang nicht bekannt. Erst einmal sagen wir aber, herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017